. Gestern war es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und habe dann die ganze Nacht im alten Segeberg Party gemacht. Von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Ohne Rampe kann ich nicht runterfahren. . 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 Haben wir das aber ganz in China vorhanden? Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Haben wir uns eigentlich hier oder was? Zum Glück ist bald Sonntag. Warum bremsen Sie nicht einfach, wenn etwas vor Ihnen ist? Ja, haben wir es eilig? Ich liebe die Sonne. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Fußfahren macht echt total Spaß. Wow! Perfekt geparkt! Bis da! Ich brauche eine Packung. Wiedersehen! Tschüss! Das Wetter ist einfach wunderbar. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. 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 Ich denke. Danke. 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 Sisters. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. 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 nicht aussteigen. Ich überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt? Also... Ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit... Danke. Monsi hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Die Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Die Katzen haben doch auch Angst vor Wasser. Die Katzen haben doch auch Angst vor Wasser. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020